hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video und okay ich bin gerade ein bisschen doof jetzt kann man mich ein bisschen besser hören ich habe es ein bisschen vercheckt bleibt alles ankert so wie es ist das ist übrigens jetzt schon das zweite mal leider aus versehen weil ich gerade eben fertig gemacht habe und natürlich wollte ich mir nur die aufnahme noch mal gönnen und bin außersehen auf löschen gegangen geil das ist geil das ist ist auch egal mache ich das ganze halt noch mal ging ungefähr knapp über elf minuten und mal schauen ob vielleicht vielleicht versuche ich etwas schnell schnell zu reden damit es nicht so lange dauert so kommen wir zum punkt ihr seht selber seit dem 19.9 ich kann ja schlecht gestern sagen jetzt laut aufnahme haben wir den 20.9 17 43 ich denke nicht dass es am selben tag noch da kommt deswegen kann ich schlecht gestern sagen irgendwann nach laufender woche wie gesagt ihr seht selber es wird eine kostenpflichtige mitgliederschaft für nintendo switch online benötigt weiter ein spielerlebnis mit nintendo switch online mit online spiel was die ganze zeit vorher vor free war nes spiele durch eine kostenlose app die man sich im nintendo e shop herunterladen kann um nes spiele zu spielen speicherdaten cloud ist sag ich jetzt mal das wichtigste das wichtigste aber nicht viel dieses spiel unterstützt vor allem spät weil nintendo einfach zu faul ist wie den ganzen daten und wenn man davon ausgehen könnte man hätte man können entschieden oder sonstige scheiße gerade im rank modus wenn man jetzt zum beispiel nehmen wir mal an es plus ist man rank down bekommt und man ist was kommt was kommt darunter eigentlich es plus es also ein s man ist es und man macht macht wieder den spielstand den man in der cloud gespeichert hat mit dem s plus macht man wieder da hinzufügen und man könnte ja eventuell davon ausgehen dass man hacken oder cheaten können oder so finde ich übelst dumm dass das ist nicht jedes spiel mit dabei ist als mit der cloud und so fronten fortnight sogar auch nicht habe ich selbst herausgewunden ich habe mich nur absichtlich etwas größer gemacht weil ich hatte kein bock jetzt auf dieses auf diesen extra screen und so damit man das doch so sehen kann nur mal so deswegen habe ich mich diesmal etwas größer gemacht als sonst smartphone app seien wir mal ehrlich diese app nutzt kein schwein außer vielleicht mal in splatoon wie ich jetzt zum beispiel ist sowieso nur der einzigste service irgendwie der immer noch seit über knappem jahr dabei ist die app existiert seit dem release von splatoon 2 und es ist immer noch scheiße es gab zwei updates bis jetzt das erste update war im voice chat wenn man rausgetappt hat in der app oder so ist die verbindung automatisch unterbrochen und aktuell das zweite update also ich kann mich nur an zwei daran erinnern dass bei dem raustab automatische verbindungsabbruch warum auch immer hat man dann geupdatete gepatcht wie auch immer dass es nicht mal so ist und das zweite also wie gesagt ich kann mich nur an die beiden nur daran erinnern aktuelles update für diesen service für diesen service und halt dass ein paar spiele mehr dabei sind ich glaube martin ist aces arms und noch irgendwas irgendwie so ähnlich aber wie gesagt ich benutze nur die app für splatoon damit ich sehen kann wie viel ich insgesamt an punkte gemacht hat also hier gefärbt habe oder so weil man sehen kann ab einem bestimmten punktzahl bekommt man ja hier immer so ein bild ja hier das wird im live das und das entsprechen und irgendwann bekommst du dann hier dann halt noch so ein handy hintergrundbildschirm und so das ist das einzigste warum ich die app überhaupt nutze der voice chat ist mir scheißegal ich benutze dafür discord man kann auch skype benutzen oder wenn man es noch für wichtig hätte sogar noch teamspeak wer benutzt bei dieser trex app das macht das nimmt kein schwein bin ich ehrlich sagt sage ich direkt als ob da irgendeiner ja okay gut es gibt ja so eine komplizierte variante um ingames sound und voice chat nutzen zu können mit diesem splatoon zwei kopfhörer das habe ich mir nur so geholt das ist der dümmste rotz überhaupt habe ich mir trotzdem nur mal so mal damals geholt weil eigentlich sah es okay aus aber wo ich aufgesetzt habe übel zur rotze lasst sowas bitte im spiel und nicht im real life und exklusive angebote für mitglieder wird man nicht verraten laut direkt letztens ja gut es gibt eine mitgliederschaft für 5 34 99 wir runden auf 35 wen juckt der eine cent für mich mehr oder weniger praktisch weil ich ja zwei accounts habe weil ich habe ja einen privaten ich habe einen privaten und ich habe einen für youtube das ist der hier den uns aber am meisten wegen fortleid aber auch so allgemein und ich habe mir nur einen monat übrigens geholt es ist ein bisschen beschissen bei der konkurrenz hat man ein bisschen mehr zu bieten sagen wir es mal so man hat einfach kann man mich überhaupt hören ich muss kurz nachschauen Okay ich habe mich nicht gemutet Das soll jetzt übelst beschissen gewesen ja hier habt ihr die ganze auswahl also aktuell ich kenne einen teil davon gehe mal ganz kurz durch ballonfighter kenne ich nur nes remix Baseball sagt man nicht donkey kong eigentlich auch nur vom nes remix sagt mir nichts kenne ich aber das kenne ich so allgemein excite back sogar auch nee das war auch nur nes remix gewesen das sagt mir nichts auch nicht auch nicht auch nicht auch nur von nes remix aber noch früher von mache 3d world ich glaube wenn man das spiel normalen durchgespielt hat dann schaltet man das frei warum auch immer Kenne ich nicht das kenne ich nur von nes remix Das sagt mir gar nichts aber habe ich sogar angespielt also ich habe ein paar sagen halt schon Angespielt aber nur die die ich kenne Mega man 2 wäre richtig geil da kann ich ganze stage das durchwaschen ist diese mir egal ich will einfach nur das dr Wiley level spielen weil das soundtrack einfach mega episch ist Da wäre ich zufrieden Mario boah ist okay das könnte ganz kurz nicht sehen wenn ich mich kurz weg da unten ist das gute stück Daneben haben wir super mario post 3 kenne ich auf jeden fall ist klar Da muss ich dann muss ich aber sogar sagen das original auf dem nes kenne ich nicht ich wusste noch nicht mal das ist ein Original nes teil war weil ich nur die gba variante gespielt habe also Remastered remake wie auch immer wo wo der mario post klassiker dabei war das war advance 4 oder so Oder halt mache post 3 mit mario post also mit dem classic also das und das Wie gesagt kenne ich ist schon nice auch mal das originale zu spielen wirklich Ist recht okay Kenne ich nicht habe ich gespielt ist aber Heißelangweilig Spiele ich lieber andere tennis spiele mache tennis aces kappa The original legend of zelda kenne ich auf jeden fall ab und zu mal gespielt aber Da fehlt mir die lust hatte ich zwar laut aufnahme Vor ein paar stunden mal gespielt so für ein paar minuten aber okay gut Der erste joshiteil sagt man nur von namen also vom namen noch was aber habe ich nie gespielt Und allgemein muss man ja sagen dass wir es am anfang Sagen wir es mal so Warum nes finde ich bisschen kacke Wenn schon so eine art virtual console So was so was halt in der art dann halt auch für snes N64 N64 Und sonst noch was Ich sag nur die mini konsolen mit nes mini und snes mini warum warum sie da nicht weitergemacht haben ist komisch N64 Gamecube Okay Gamecube zählt das noch zur virtual console ich habe keine ahnung Wie auch immer ich finde das war etwas lächerlich für die 20 euro muss ich ein bisschen sagen Vor allem das wichtigste wer halt sag mal der speicherdaten cloud oder sowohl nicht alle spiele Dabei sind also beziehungsweise es wird nicht unterstützt nicht bei jedem spiel wie gesagt splatoon aber das ist Ich bin mal gespannt was es für exklusive inhalte geben wird am ende ist so ne am ende ist es nur so so eine billige ankündigung ja Ja hier Für. Euch ist nur besondere angebote für Keine ahnung Nehmen wir mal als beispiel halt keine ahnung smash sports oder Allgemein switch spiele die 60 euro kosten angebote für für online service keine ahnung anstatt 60 53 euro So so stelle ich mir das jetzt quasi vor als spezielle angebote Oder sowas finde ich ein bisschen trotzdem allgemein unnötig die konkurrenz hat mich im herz zu bieten Ich habe mich jetzt drüber jetzt nicht so informiert aber microsoft und sony hat definitiv den besseren Kostet zwar 60 euro also ps plus zumindest xbox habe ich keine ahnung Wie hieß das bei xbox hier game game pass oder so irgendwie so komisch Und halt über playstation ps plus kostet im jahr 60 euro hat man hat man hat ein bisschen mehr zu bieten Auf jeden fall Aber was man hier geboten wird ist es ist ein bisschen dreist ist ein bisschen dreist muss ich muss ich sagen also Das ist Ist nicht so geil was ihr da gemacht hat nintendo Okay So ungefähr habe ich meine meinung gesagt Der erste versuch von der aufnahme elf minuten und gerade zweiter versuch elf minuten auch geil Also wie gesagt aber ich gebe euch noch einen kleinen tipp zum schluss Auch wenn ihr das schon längst gemacht hat denke ich mal Benutzt aber trotzdem nicht diesen beschissenen ctr filter Alter ich habe den benutzt der ist nach einer weile übelst Augenkrebs alter das ist Sagen wir es mal so es ist nicht so heftig wie wie die damalige pokémon folge mit dem rot blauen schnell flackern da Das ist noch schlimmer aber der ctr-filter ist auch etwas heftig sagt man es mal so dass das ist wirklich ein bisschen heftig muss ich sagen Rate ich ein bisschen ab und von gaming clerks habe ich mitbekommen dass es bei wie hieß es Burning screen oder irgendwie so ganz komisch oder so wenn man den benutzt und ein anderes spiel spielt also Außerhalb von den nes spielen irgendein anderes spiel spielt dass es irgendwie mit der reindingset irgendwie irgendwie keine ahnung ist es ist komisch und Und ja das war es eigentlich auch schon ich ich würde noch sagen wenn ihr darauf bock habt noch auf so ein video wo ich also nicht als lp Einzel sondern wie so eine art Review wo ich zu wo ich alle aktuelle nes spiele spiele So in einem paar sekunden takt also das in einem video zusammenschneider wo ich alle aktuelle nes spiele spiele Zusammengeschnitten in einem video Ich glaube ich glaube ich beziehungsweise ich hoffe man hat es gecheckt was ich versucht habe zu erklären Wenn ihr darauf bock habt lasst ein like da und wie seht ihr das ganze 20 euro Zwar guter preis aber was geboten wird ist eigentlich übelster müll oder sagt euch Ich muss bezahlen weil ich will online zocken Schreibt eure meinung gerne unten in den kommentaren würde mich freuen und das war's Sehen wir uns dann beim nächsten mal beim nächsten mal wieder und ich sage bis zum nächsten mal Macht's gut